Little MC, 16 Jahre jung. Little MC, wo bist du? Da ist er. Einen großen Applaus. Okay. Willkommen auf den Einliste von 2011. Neue Rege Wirtschaft, Schau Rap, yeah. Little MC, let's go up. Dieser Track geht über die Eurejo-Wirtschaft, Schau, zieht ihr diese Bühne rein, schau und staun. Afrika, Halle, Eurejo, Live, alles vorhanden, die Bandeln, die Staunen, die Shop auf dieser Bühne, die Staunen, die Anderen landen, jetzt mal von ihrem Höhenflug. Eure Rege auf den Weltplatz, mit uns nur dazu, kommt nicht ab genug, mein ist, glaub ich, Traun, denn um mich zu sehen. Reette Leute überzaunen, alle Hände nach oben, ey, ich will euch abgehend sehen. Viel zu Christi, bis die Sommeranen, hey, alle schnell dort hin gehen. Denk und zu sehen, denn ich bin euch gut gelaunt, wäre das nicht, denn diese Bühne ist ein Saumhaus. Und das ist so, dass du Gott, nur de Schindreich und Wellness, weinen Delikatesten, nach wie schmeckt es, vergess es nicht, was hier ne Talentshow ist. Ein Talentshow wird gesucht, kein Bäcker und kein Florist. Eurejo 2011, der geht mit mir ab. Wer hat gute Laune, wer hat sie auf Kraft? Die Virtual Show ist weit begann, hat es ein Konzert zu sein, ob hebt die Haare. Eurejo 2011, der geht mit mir ab. Wer hat gute Laune, wer hat sie auf Kraft? Die Wirtschaftsshow ist weit bekannt, als ihr seid schottiert zu sein Ich schottier euch keine Spiele, Leute kommen von weit her Um die Wirtschaftsshow zu sehen, denn der Wein ist schon fast mehr Kinder nach Sportwelten, Haushalt und Kirche Schöner Freundentipp, alles nach euch und wünschen Sehr viel Affektion, wie mal lieber meinen Raps Denn meiner Meinung nach, flow ist schon perfekt Denn ich bin das Nerd, da ihr, ihr sitzt euch Mein Rapper zieht, wer euch in die Ohren spinnt, weil das ist kein Bild von der Fittin, Jury, NCF Und an allen Leider da draußen, ich will kein Start sein 1986, ich bin steht, hieß ich auch, 1987, ich lasse erst einmal auf dem Wettplatz, wow Ist es nicht krass, wie lange das schon besteht Und dass ich heute alles so um die Wirtschaftsshow krieg Ich bin kein Problem, nur ein Rapper, der bloß rauskommen will Und erst dessen, schreib ich Texte und chill Euer Regio 2011, wer geht mit mir ab? Wer hat gute Laune, wer ist hier auf knapp? Die Wirtschaftsshow ist weit bekannt Also seid schon tier zu sein und hebt die Haare Euer Regio 2011, wer geht mit mir ab? Wer hat gute Laune, wer ist hier auf knapp? Die Wirtschaftsshow ist weit bekannt Also seid schon tier zu sein und hebt die Haare Euer Regio 2011, wer geht mit mir ab? Wer hat gute Laune, wer ist hier auf knapp? Die Wirtschaftsshow ist weit bekannt Also seid schon tier zu sein und hebt die Haare Euer Regio 2011, wer geht mit mir ab? Wer hat gute Laune, wer ist hier auf knapp? Die Wirtschaftsshow ist weit bekannt Also seid schon tier zu sein und hebt die Haare Ey Laune FC! Was geht? Bom! Coole Sache, komm mal zu mir Marco, sag nochmal ganz kurz wie alt du bist Ich bin 16 Jahre alt 16 Jahre jung, würde ich sagen Und er hat sich in diesem Jahr auf der Regio Wirtschaftsshow Das ist halt die Rheinmesse Bonn in Aachen Da hat er sich halt beworben Und ist direkt von der Jury mit dem Song auf Platz 2 gelandet Und ich finde das auch wirklich eine coole Sache Du hast dir wirklich Gedanken gemacht zu der Messe Und hast diesen Text komplett selbst geschrieben Genau Und du hast auch nochmal einen anderen Song selbst geschrieben Den haben wir vorhin schon mal gehört Der heißt? Der heißt Battle Time Battle Time, auch ein cooler Song Ja, Junge, wir sind gespannt Du hast es schon angekündigt Du wirst auch diesem 2012 auf der nächsten Messe Wieder deinen Titel verteidigen Genau Wir drücken dir die Daumen Du bist ja immer für Überraschung gut Nur mal einen großen Applaus 16 Jahre jung Marco, besser gesagt Lill MC aus Aachen Dankeschön D